Ja, Hi und herzlich Willkommen bei Pyrocek Silvesterfeuerwerk. Ich habe mir für heute ausgesucht zum Testen von Leslie die Creepers. Ich hole die mal hier aus der Packung raus. Hinten auf der Angrabe steht Bodenwirbelbatterie, da bin ich ja mal gespannt. Sieht eher so aus, als wenn da ganz viele kleine Matten drin sind. Na dann schauen wir mal weiter, ob ich das hier auch noch abhebe. So sieht das Ganze aus, wenn man es dann aus der Verpackung geholt hat. Da sind auch relativ viele kleine so Mini-Matten drin. Cool und ich würde sagen, wir gehen direkt raus und zünden die mal an. Ich finde das auf jeden Fall echt schon mal eine ganz witzige Idee und viel Spaß damit. Tschüss. Interessant. Tschüss. ... Untertitelung des ZDF, 2020